Hallöchen meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Droni und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier in der Silberbruchmine und schauen mal wer mehr Punkte sammeln kann, äh wird. Unentschieden wird hier aber glaube ich schwierig. Ui, die wollen wahrscheinlich Wasser, ja die wollen Wasser, komm dich halten wir mal auf, ja macht nix. Ah nochmal, kann ich auch, nö. Jetzt hat er seine Flügel raus, sein Death City, kriegt ihn nochmal in Slow, kriegt ihn Stun, einfach nur weg von ihm. Jetzt sieht er Vengeance an. Ah, hier sind jetzt mehrere. So, Stun nur ihn, Wings und töten ihn. Weil er hat jetzt nichts mehr, er wird definitiv sterben. Ihn boppen wir gleich. Wir gehen auf den Paladin. Stun den Feral, gehen auf den Feral, töten den vorher und jetzt den Paladin. Kannst du alleine machen, bis des Loads und einfach mal Outplayed. Extra mal kurz heilen. Also hatten wir einfach mal drei Leute ausgespielt. Gut, ganz ehrlich, die waren nicht doll. Das war nix. Das hätte ich für einen Paladin, der hat ja seine Freedom gar nicht benutzt. So, morgen kriegt ein Stun. Ihn heilen nochmal. Da wird wahrscheinlich gleich ein Touch of Karma mal ran. Nein, macht er nicht, okay. Okay, Worry. Chummy hat ein Inline. Nicht von mir. Ist tot. So. Paladin. Ach du liebes bisschen. Der nächste. Stun ihn. Bubble hat ja auch keine mehr. Also ganz ehrlich, das ist jetzt... Naja. So, aber was machen die dann? Ey, die lassen sich ja... Die lassen sich ja komplett... Niau. Die lassen sich ja echt komplett auseinander nehmen. So, der kriegt wieder den Slow. Da komm ich nicht dran. Was macht der da? Verstehe ich nicht. Also das ist grad wirklich ähm... Etwas merkwürdig. Das ist da hinten Hammer. Stun. Judgment. Jessica's Vengeance. Gut, okay. Da konnte er jetzt nichts machen. Hm. Hm. Meine Hilfe. Ah, jetzt ist hier doch schon was los. So, wir gehen an den Mage hier. Kriegt den Stun. Jessica's Vengeance. Ne, doch nicht. Er ist mal tot. So, wir gehen an den Red hier. Jetzt an den. Dann an den Monk hier. Stun. Sollte er dann jetzt auch sterben? Nein, noch nicht. Aber geslowed ist dann jetzt. Jetzt ist er tot. Sag mal, die lassen sich hier komplett auseinander nehmen. Was ist dann da los? Und die haben schon einen Heiler von uns gekillt gehabt. Alter Schwierge. Da ist nix. Ist da hinten Ink? Ja, da ist ein Ink. Es. Nee. Baller. Mal aufstoßen. Gut, okay. Wir haben aber... Na. Wollen wir mal die Leute irgendwie helfen. Da ist ein Heiler. Es. Und dann eigentlich mit Jessica's Vengeance. Es ist er doch gestorben. So ist es dann. Machen wir den Mage kaputt. Ihn dann. Ah, die krieg ich nicht. So, die geht durch. Die wird wahrscheinlich auch durchgehen. Ja. Oh, da ist nix. Moment. So, ich fehlt ein Euro. Wo ist der denn? Ach, da hinten. Da ist Ink. Nee, glaub ich nicht. Sheet Avengers ab. Was blittest du mich? Stun. Gut. Freedom. Und weg hier. Wings. Wings. Wing of Ashes. Und dann als mit HP Aufbau. Hey, ist er auch weit weggekommen. Jetzt wird ne Bille reingedrückt. Der Toaider dahin. Der geht an unseren Priest. Dann helfen wir mal. Ist das ein Shadow? Nee, ist das ein Heiler. Heiler gegen Heiler, das ich gesehen hab, ne? Kann er ihn töten? Ha. Ja, los. Einen, Info. Jetzt... Ernsthaft. Wollen wir den Diener wieder kaputt? gut so eine reichweite habe ich nicht ich mich selber abgehauen, ne ah, ein Rogue ist wieder da ein Rogue, Sheet of Vengeance Jessica's Vengeance kommt, jetzt ja, der ist auch schon wieder vorbei mein lieber Erschwander, ne, das läuft aber halt gut, aber naja bedingt, also in diesem Sinne so, das war's dann wieder für heute ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da einen Daumen nach oben und wenn du es schon längst hast ein Abonnement und würde mich natürlich freuen wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen in diesem Sinne, tschüss